Was haben Sie mir den Namen gesagt? Mir haben sie mir den Namen gesagt. Das fand ich auch sehr schön. Man ist nicht eine Nummer in Denta Prime. Man ist wirklich eine Person und man wird ganz gut bedient. Ich war so begeistert, ich würde immer wieder kommen. Der Arzt konnte Deutsch sprechen mit mir. Er hat immer gesagt, was jetzt gemacht wird. Er hat schon gemerkt, dass ich Angst habe. Er hat gesagt, ich mache das ganz fein, ganz easy. Sie werden keine Schmerzen haben. Und es war genau so. Der Eindruck wird mir ein Leben lang bleiben, wie gut das da war. Und wenn ich Freunde habe, die Probleme haben, ich würde sofort sagen, geht zu Denta Prime. Das ist das Beste.